Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Gestern haben wir uns die meiner Meinung nach besten Linebacker im Draft 2023 angeguckt und heute sind wir wieder hier mit einer Mock-Draft-Reaction. Diesmal gucken wir uns einen von Charles Davis an. Ich glaube, es ist der zweite dieses Jahr und ich bin mir relativ sicher, dass wir uns den ersten von ihm nicht angeguckt haben. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf, was er so für Meinungen hat und ob wir vielleicht den einen oder anderen Linebacker aus meinem Video gestern hier heute wiederfinden. Let's go! Wenn ihr neu seid, dann abonniert. Alright, wir sind hier mit Charles Davis 2023, NFL Mock-Draft-Titan-Select, Anthony Richardson, Ravens-Take, Hanton Hooker. Schon wieder voll gespoilert worden, absolute Frechheit, Charles Davis. Aber ich wollte nicht so tun euch gegenüber, als hätte ich das nicht schon gelesen, denn ich habe es natürlich gelesen beim Anklicken, es steht auch oben im Link und so weiter. Also das sind die zwei Sachen, die ich schon weiß. Bin sehr gespannt drauf, wie das passiert. Traden Ravens hoch, traden Titans hoch, haben die Ravens den vierten Pick von den Colts und machen das auf einmal, whatever, wir gucken da gleich... Hm, jetzt habe ich schon wieder whatever gesagt. Wie es auch sei, wir gucken da gleich mal rein. As the prospect evaluation period winds down, it's time for me to take a second crack at projecting round one of the 2023 NFL Draft. Trades will obviously be a major element of the real thing later this month, but just like in my first mock, I'm keeping everyone in their current draft slots. Also keine Trades heute mal wieder. Ist glaube ich auch immer am einfachsten, sage ich mal. Und hier steht nochmal, dass die Dorfens keinen haben. Bryce Young, sein geschätzter Kollege Buck Brooks hat letztens gesagt, dass es von außen so aussieht, als wäre die Panthers Entscheidung ein Coinflip zwischen Bryce Young und CJ Stroud. Ich frage mich nach wie vor, wie es nicht CJ Stroud sein soll, nach dem Video, was wir da gesehen haben mit McCown, wo er mit ihm redet. Also das wäre so merkwürdig. Also wenn es nicht Stroud ist, dann muss ich mir auf jeden Fall dieses Video nochmal ganz genau angucken und so weiter. Und dann bin ich auch sehr gespannt, ob im Nachhinein dann irgendwelche Sachen von Stroud aus rauskommen, wovon ich nicht ausgehen würde, weil er halt mediengetrainiert ist und so weiter. Aber whatever, ich nehme an, dass das hier unten schon die Hairline ist von Stroud. Also es sieht sehr so aus wie jawohl Stroud auf zwei zu den Texans. There's been recent discussion that Houston might look to draft after non-quarterback in number two. Ja genau, es gibt die letzten paar Tage immer mehr Gerüchte, dass Houston keinen Quarterback auf zwei nimmt. Gerade wenn Bryce Young auf eins geht, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also hier Quarterback ergibt schon sehr, sehr Sinn. Weiter geht's mit, uh, Tyree Wilson über Anderson. Interessant. Ja, okay, die meisten Leute sind sich einig, dass Cardinals runtertraden wollen. Wenn nicht, dann Texas Tech-Produkt. Der Save, Moment mal kurz. Das Wort kenne ich nicht. Aber ich nehme aus dem Kontext aus an, dass es heißt, verschmähen. Verschmäht den sicheren Edge-Pick Will Anderson für Wilson. Okay. Oh, interessant. Will Levis auf vier. Ich glaube, die allermeisten von uns denken gerade Richardson einfach wegen, oh, Potenzial, Potenzial, Potenzial. Aber, ähm, ich weiß nicht. Die hatten halt so viele Leute bei Will Levis bei dem Pro Day, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass es am Ende Will Levis ist. Hm. Interessant. Will Anderson, das wird mich, wenn das so kommt im Draft, ich hab's jetzt schon häufiger gesagt, ich hab auch mit Sido drüber geredet, der Seahawks-Fan, mein Kumpel Sido, falls ihr euch erinnert, ähm, Lions, und jetzt haben wir die ja beide hier auf einem Bild, Lions und Seahawks sind irgendwie so parallel zur Zeit in der Entwicklung, das ist crazy. Die sind beide Borderline-Playoff-Teams gewesen letztes Jahr, ähm, die haben beide einen Quarterback, von dem man nicht gedacht hätte, dass er so gut spielt, der aber trotzdem gut genug gespielt hat, um nächstes Jahr definitiv der Starter zu sein, aber man weiß nicht, was danach ist. Beide haben zwei Picks in der ersten Runde, die sind auch jeweils super nah zusammen. Seahawks haben 25, Lions haben 6 und 18, also es ist super eklig, dass ich mir vorstellen kann, dass die Hawks genau uns einen Spieler wegnehmen, den wir ansonsten gerne hätten draften wollen. Aber ich sag mal so, Will Anderson ist krass, Jalen Carter ist auch krass, plus der hat halt dazu noch diese Character-Concerns, deswegen, I don't know. Mal gucken, was hier steht, also den nehme ich einfach hin, weil das ergibt Vollsinn. Character-Concerns aside, Raw-Talent is unanniable, ja logisch. Okay, er sagt quasi, die Kultur, die die Lions haben, wäre ein sehr guter Spot, um Jalen Carter mehr oder weniger zu retten oder aufzufangen. Kann man so oder so sehen. Auf der einen Seite entweder ja, die Kultur wäre halt geil und wenn irgendein Team es hinkriegt, ihn zu, ja, ich will nicht sagen, ihn zu retten, weil man weiß auch nicht, wie viel da wirklich dran ist an den Character-Concerns und so, dann vermutlich ein Team, wo so eine gute Kultur in place ist wie Lions, aber auf der anderen Seite willst du halt eigentlich dir auch nicht solche Leute reinholen, die die Kultur irgendwie gefährden, deswegen, sehr interessante, sehr interessante Angelegenheit. Paris Johnson auf 7, Tackle zu den Raiders gehe ich voll mit und Devin Witherspoon dann auf 8 zu den Falcons. Okay, Okuda war hier schon dabei, also muss sehr, sehr neu sein. Ähm, ja, das ist wieder das Gleiche, wie ich häufig bei den Lions gesagt habe, nur weil die jetzt Okuda für dieses Jahr haben, abgesehen davon, dass Devin Witherspoon auch vermutlich besser ist als Okuda, ähm, oder zumindest erst mal besser ist als Okuda, äh, abgesehen davon hat Okuda für nächstes Jahr schon keinen Vertrag mehr, deswegen mal gucken und ich gehe sehr stark davon aus, dass sie die Trade, äh, dass sie die 5-Jahres-Option nicht ziehen werden. Skoronski zu den Bears haben wir schon so oft drüber geredet, müssen wir nicht mehr viel, müssen wir nicht mehr viel machen. Van Ness zu den Eagles auf 10 habe ich auch schon ganz, ganz viel gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Iowa Defense geguckt, weil ich ja Jack Campbell mir genauer angucken musste für das Linebacker-Video. Ich muss sagen, Van Ness poppt überhaupt nicht, I don't know. Äh, Anthony Richardson auf 11, die Titans bleiben einfach ganz normal sitzen, das hatte ich schon wieder komplett vergessen, dass es, äh, in der, in der Überschrift drin war. We've heard plenty of talk about the Titans potentially moving up in the draft. Here they hang tight and land the gifted Gator QB. Best of all, he can develop behind current starter Ryan Tannehill. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, weil anscheinend Vrabel ja extrem gegen Malik Willis war, auch dagegen ihn zu draften und so weiter. Und auch wenn sie sich schon sehr unterscheiden, Willis und, äh, Richardson, die haben doch schon definitiv Ähnlichkeiten. Und dann weiß ich nicht, ob, wenn Vrabel so extrem gegen Malik Willis war, ob er dann seinen First-Round-Pick benutzen würde, gerne für Anthony Richardson. Irgendwie fühlt sich das merkwürdig an. I don't know. Aber ich weiß auch ehrlich nicht, für wen die sonst hochwollen auf drei. Texans, Jackson, Smith und Jigba ergibt sowieso schon Sinn, aber wenn die natürlich nicht Bryce Young haben, wie es bei mir momentan im Kopf einfach set ist, sondern wenn die Stroud kriegen, dann ist es beinahe schon ein Pflicht-Pick an der Stelle hier. Dem seinen Receiver noch, Lieblings-Receiver mit Marvin Harrison, sag ich mal, zu geben aus dem College. Direkt in seinem ersten NFL-Jahr könnte seine, seine Entwicklungskurve einfach, normalerweise wäre die hier und du würdest die quasi einfach schon hier irgendwo starten, wäre sehr, sehr crazy. Also ja, das ist absolut ein Pflicht-Pick, wenn die Stroud dann zwei haben. Darnell Wright, Tackle zu den Jets, haben wir auch schon ganz oft gesehen. Entschuldigung, Cornerback zu den Patriots genauso. Zweiter Cornerback im Draft auch ganz, ganz häufig. Dort und Kincaid zu Packers ist gefühlt genauso wie Skoronski zu den Bears. Einfach so ein Ding, was man andauernd immer wieder sieht. Weiter geht's mit den Commanders und Cornerback. Auch das ist relativ logisch. Joey Potter Jr., tough, physical, gritty. These are adjectives, defensive coordinator Jack, their real loves. Potter joins a defense that has the makings of a very good unit. Jawohl, die waren letztes Jahr schon gut mit einem Joey Potter Jr. als ein absoluter Pressman-Corner, absolutes Pressman-Biest. Da werden die, glaube ich, nochmal direkt einen Ticken besser. Nolan Smith zu den Steelers. Steelers und D-Line, das passt irgendwie auch schon wieder. Bei den Steelers gibt's gefühlt so 30% von dem Draftpool, wo ich sage, keine Ahnung, ob die zu den Steelers passen oder nicht, weiß ich nicht. Dann von den restlichen 70% sind nochmal 50 bis 55% so Spieler, wo ich sage, na, auf gar keinen Fall, die passen irgendwie gar nicht zu den Steelers. Und dann 15 bis 20% sind zu Spieler, wo ich sage, Steeler, definitiv. Und da ist Nolan Smith natürlich absolut einer davon. Es wäre ein bisschen ärgerlich, wenn Joey Potter genau vorher weggeht für Steelers Fans, glaube ich, aber whatever. Eeeh, schon wieder whatever? Tut mir leid. B. John Robinson zu den Lines, interessant. I have to believe the best running back in this year's draft class will be considered multiple times in the first half of round one. He makes it to the Lions at number 18, here giving the model city two of the top five overall prospects on my colleague Daniel Jeremiah's big board. Ja, das wäre schon irgendwie sehr witzig, ne, wenn wir Montgomery haben und Swift und dann Robinson. Wäre es halt ein bisschen ärgerlich für Swift, weil die mehr oder weniger die gleiche Rolle dann hätten, äh, beziehungsweise der dritte Running Back in den meisten Teams kriegt halt nicht so viel wirklich mehr zu sehen. Ich habe schon viel geredet über den Value von Running Backs in letzter Zeit und wir haben meiner Meinung nach ein sehr gutes Running Back Duo jetzt zur Zeit, deswegen sollte ich eigentlich dagegen sein und ich glaube, ich wäre auch noch dagegen, aber irgendwie, der ist halt an sich so krass als Running Back, dass es trotzdem schwer wäre, sich dann nicht wenigstens ein kleines bisschen drüber zu freuen, sage ich mal. Broderick Jones, cleverer Pick zu den Buccaneers, die können Best Player available gehen und natürlich noch jemanden mit Value mitnehmen, also Offensive Tackle, absolute Value Position. Deontay Banks zu den Seahawks, ich bin ehrlich, ich fühle einen neuen Cornerback mehr als das, was man gefühlt in 90% der Mock Draft zur Zeit sieht, auf 20 für Hawks und zwar einen Receiver. Das gefällt mir deutlich besser. Receiver zu den Chargers hingegen finde ich super, super sinnvoll. Jordan Addison wäre da vielleicht sogar meine erste Wahl, selbst wenn, äh, JSN noch auf dem Board wäre, einfach nur für die Chargers, sage ich mal, aber natürlich bin ich immer noch, ähm, Team Flowers. So, Händen Huckert zu den Ravens. Eric DeCosta recently told us, that Baltimore could very well select a Quarterback in this year's Draft. I'm taking the general manager at his word as the Ravens hedged their bets with the uncertainty surrounding Lamar Jackson. If the team does not go Quarterback here, big receiver like TCU's Quentin Johnson would be a nice addition. Die Frage ist, was machst du da mit drei Quarterbacks? Du hast Lamar Jackson, einen früheren einstimmigen MVP, du hast einen Quarterback, der dein Backup-Quarterback ist, der letztes Jahr Proballer war in Huntley und dann hast du jetzt noch einen First-Round-Quarterback. Das wäre ein super interessanter Quarterback-Raum, aber ich glaube, für die Franchise an sich weiß ich nicht, ob ich diese Probleme haben wollen würde, wenn ich ehrlich bin und ob ich dafür dann auch noch einen First-Round-Pick aufgeben würde. So, Minnesota Vikings Kalajah Kernsey. Hope he develops into a disruptor like Hall of Fame defensive tackle John Randall. Man kann da auch gleich übertreiben, so ne. Die haben sich, oder er hat sich gedacht, okay, ich vergleiche ihn nicht mit Aaron Donald, ich vergleiche ihn nicht mit Aaron Donald. John Randall, das ist auch nicht viel besser. New defensive coordinator Brian Flores will help the Pitt-Product. Ich bin mir inzwischen 90% sicher, dass Vikings Defense gehen werden. Erstens, weil es notwendig ist und zweitens neuer defensive coordinator, der wird vermutlich drauf pochen, dass er his guys reinkriegt, Leute, die er wirklich haben will für sein Scheme und so weiter, denn natürlich nicht alle, die er übernimmt, werden da reinpassen. Miles Murphy zu den Jaguars, ein Potenzial-Pick, sage ich mal, Josh Allen, Trevor und Walker. Edge-Rusher kann man in der Regel nie genug haben. Save Flowers zu den Giants, wäre sehr, sehr geil, gerade wenn die auf 25 sitzen bleiben und wenn vorher schon zwei Receiver weggehen, dann noch Flowers zu kriegen, wäre sehr, sehr cool, ja, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Cowboys können meiner Meinung nach Best-Play-Available gehen. Ich glaube, wenn ich Cowboys wäre, gerade in dem Szenario hier, würde ich noch in die Defense investieren, auch wenn schon vier Cornerbacks von Bord sind, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich würde vielleicht sogar Brian Branch picken und, oh, ey, ich schwöre euch, ich habe nicht gesehen, dass der genau danach kam, aber ja, ich glaube, ich würde hier vielleicht sogar Brian Branch picken und dann mal gucken, was ich an Buffalo Bills Stelle machen würde. The Alarm Bells rang after Branch ran an underwhelming five, äh, five wäre wirklich underwhelming. Four, five, eight, second 40-yard dash at the NFL Scouting Combine. Juckt nicht, tape ist wichtiger, 40-yard dash ist irrelevant. DB auf jeden Fall need für die Bills. Ich glaube, du könntest ansonsten auch noch auf Receiver investieren. Emmanuel Forbes ist für mich ein kleines bisschen zu hoch. Yes, he weighs around 170 pounds. That is a concern. 170 pounds. Simon sieht, der ist leichter als ich, crazy, uff. But he takes the ball away. Auf Cornerback bin ich ehrlich, das Gewicht jetzt auch nicht soo wichtig. Oder zumindest von allen NFL Positionen, Specialists mal ausgeschlossen, vermutlich am unwichtigsten. Aber du hast natürlich trotzdem dann deutliche Nachteile. Stell dir mal vor, der ist dann auf einmal gegen Mike Evans und wird dann gerunblockt oder so. I don't know, weiß ich nicht. Aber ja, Cornerback für die Bengals fühle ich auf jeden Fall. Marzi Smith wäre meiner Meinung nach ein smarter Pick für die Saints. Aber was die Saints zur Zeit machen, verstehe ich überhaupt nicht. Deswegen versuche ich gar nicht erst jetzt hier über Logik und so nachzudenken. Jalen Hyatt ist inzwischen relativ konstant in First-Round-Mock-Drafts am Ende drin so. Man muss halt auch immer dran denken, dass die letzten paar Picks halt immer Trade-Potenzial sind für Teams, die nochmal ins Ende der ersten Runde rein wollen, um dann da jemanden zu draften, der noch die 5-Jahres-Option hinten am Vertrag dran hat. Aber ich weiß ehrlich nicht, ob ich den Eagles noch einen neuen Receiver, ob ich den gehen sehe. Weil der wäre dann halt definitiv direkt Nummer 3-Receiver vorausgesetzt keiner verletzt sich. Bisschen der Zach Paschal-Ersatz und weiß ich nicht, ob man da Pick 30 für opfern muss. Gerade in der Receiving-Class, die in Runde 3 oder so 2, 3, 4 wieder extrem stark sein wird, meiner Meinung nach. Und auf 31 haben wir dann Felix, Anodike Yusama, King Felix, auch den haben wir ganz, ganz oft so Ende der ersten Runde. Chiefs würde ich den Receiver sogar eher sehen und dafür vielleicht Anodike Yusama mehr zu den Eagles. Aber dann würden die Eagles zweimal die Line gehen. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen Quatsch. Defensive Coordinator Steve Spagnolo could use a pass-rushing compliment to 2022 First-Rounder George Kalaftis. Anodike Yusama helps replace Frank Clark. Insofern ergibt das natürlich absolut Sinn. Ja, interessante Sache, muss ich sagen. Interessanter Mock-Draft vorne und hinten. Ähm, auch wenn da nicht so viele extrem neue Gedanken drin sind, aber dass wir den Masi Smith zum Ende hin drin hatten, muss ich sagen, dass die Cornerback, dass die Hawks auf Cornerback gehen, dass die Lions auf Pijan Robinson gehen und so weiter. Picks 5 und 6 fand ich auch interessant, wo wir gerade bei Hawks und Lions waren. Also waren schon viele so low-key interessante Sachen drin, ohne dass jetzt eins absolut aus der Reihe tanzt, ja, muss ich sagen. Hoffe, euch hat's gefallen, wenn ja, würde ich mich freuen. Falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neuer seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao! Ciao!